Es gibt ein Gebet, das die Macht hat, alle Arten von Wohlstand in seine Richtung zu lenken. Dieses Gebet stammt aus Psalm 113, ein geheimes Gebet, das viele Jahrhunderte lang verborgen war. Es hat die Macht, Geld, Reichtum, Überfluss und Vermögen in ihr Leben zu bringen. Dieses Gebet aus Psalm 113 hat im Geheimen dafür gesorgt, dass viele Menschen so schnell und in so großen Mengen Geld verdienen, dass sie nicht einmal wissen, wo sie es aufbewahren sollen. Es steht geschrieben, Gott macht den Armen reich, er hebt den Elenden aus dem Staub, nimmt den Geringsten und setzt ihn unter Fürsten und Mächtige. Lassen sie es also jetzt sein, denn dieses Gebet wird ihr finanzielles Leben verändern. Es ist ein Gebet, das so kraftvoll bereichernd ist, dass, wenn es gehört und im Glauben gesprochen wird, sich sofort ein Fenster des Himmels für ihr Leben öffnet. Dies ist das Gebet aus Psalm 113, das dazu dient, Geld schnell und in großen Mengen anzuziehen, und das die Macht hat, alle Arten von Reichtum und Wohlstand in ihr Leben zu bringen. Schreiben sie, ich werde wohlhabend sein, denn sie glauben, dass Gott die Macht hat, dies zu tun. Kommen wir nun zum Gebet. Herr Gott, Herrscher über mein Universum, ich komme vor dich, um dich um den Sieg in meinem finanziellen Leben zu bitten. Ich bitte um Schutz auf meinem Weg und auch um Gerechtigkeit in meinem finanziellen Leben, damit ich alles haben kann, worauf ich in diesem Leben Anspruch habe. Ich bitte um eine schnelle Antwort für Gelegenheiten und den Eingang von Geld auf meinem Weg. Ich bin dankbar für das, was ich besitze und für das, was ich erreichen werde. Ich glaube, vertraue, liefere und erfülle. Ich bitte den Herrn, den Schöpfer des Universums, Türen zu öffnen und Wunder in meinem Leben zu wirken, durch meinen Glauben und meinen Wunsch. Ich bitte den Herrn, die Energie des Reichtums über mich auszugießen, damit ich deine Manifestation und deine starke Hand in meinen Finanzen sehen kann. Möge der Herr alle Barrieren, die mir in meinem Leben auferlegt worden sind, stärken und niederreißen. Du bist der Herr des Universums und nur dir vertraue ich für die Verwirklichung meiner Wünsche. Mögen sich die Türen des Geldes schnell öffnen, und möge ich mein finanzielles Leben vermehren und gedeihen. Mögen meine Hoffnungen durch deine unendliche Güte gestärkt werden. Denn ich weiß, dass du mich mit deiner Macht bedecken wirst. Offenbare dich, Herr, auf dringende Weise, damit Geld in mein Leben kommt, auf erwartete und unerwartete Weise. Lass deine starke Hand mein Leben berühren und das Geschehen, was nur du zu vollbringen vermagst. Denn ich weiß, dass nur du in der Lage bist, meine finanzielle Situation in Ordnung zu bringen, und dass von nun an die Dinge, die bisher schief liefen, einen Weg des Wohlstands einschlagen werden. Möge der Geist des Reichtums jetzt in mein Leben einziehen. Denn du bist Experte darin, Wunder zu vollbringen, um denen zu helfen, die auf dich um Hilfe hoffen. Oh Herr von allem und jedem, mögest du an vorderster Front stehen, Türen öffnen und das Gefühl von Angst und Elend zum Verschwinden bringen, so dass ich deine Existenz verkünden kann, wo immer ich hingehe. Ich rufe dich an, Herr, dass du mir produktive Gedanken in den Sinn bringst, Gedanken des Überflusses und des Wohlstands, damit ich Erfolg habe und Großes in meinem Leben erreichen kann. Möge dein Heiliger Geist auf meinen Weg für Sprache einlegen und mir die schnelle finanzielle Hilfe anbieten, die ich brauche. Möge ich in deinem Namen die ganze Situation lösen, für die ich dich jetzt anflehe. Möge der Herr in deiner unendlichen Güte plötzlich die finanziellen Möglichkeiten erscheinen lassen, die dieser Diener von dir in diesem Moment braucht. Möge schnelles Geld erscheinen, so dass ich zu Wohlstand komme und große Dinge erobern kann. Denn du bist der Besitzer von Gold und Silber. Berühre jetzt meinen Geist, damit meine Gedanken auf die Erfüllung all meiner Wünsche ausgerichtet sind. Lass Gedanken des Überflusses und des Wohlstands wieder Teil meines täglichen Lebens werden, und lass mich von nun an schnell mit finanziellen Überraschungen konfrontiert werden. Das Schicksal ist besiegelt, der Same ist in das verborgene Saatbild des Universums gepflanzt worden. Ich vertraue darauf, dass dieses Gebet in diesem Moment an die höchsten Ebenen des spirituellen Universums weitergeleitet wurde und dass etwas Unerwartetes geschehen wird. Von nun an ist mein Schicksal auf dem Weg zu außerordentlichem Wohlstand, und die Ergebnisse werden sich so bald wie möglich einstellen. Ich habe Vertrauen, ich glaube. Ich bitte um eine schnelle Antwort auf Gelegenheiten und Geld, die auf mich zukommen. Ich bin dankbar für das, was ich besitze und was ich erreichen werde. Ich glaube, vertraue, liefere und erreiche. Ich bitte den Herrn, den Schöpfer des Universums, Türen zu öffnen und Wunder in meinem Leben zu wirken, durch meinen Glauben und meinen Wunsch. Ich bitte den Herrn, die Energie des Reichtums über mich auszudießen, damit ich deine Manifestation und deine starke Hand in meinen Finanzen sehen kann. Möge der Herr alle Barrieren, die mir in meinem Leben auferlegt worden sind, stärken und niederreißen. Du bist der Herr des Universums, und nur dir vertraue ich, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Mögen sich die Türen des Geldes schnell öffnen, und möge ich mein finanzielles Leben vermehren und gedeihen. Mögen meine Hoffnungen durch deine unendliche Güte gestärkt werden, denn ich weiß, dass du mich mit deiner Macht bedecken wirst. Offenbare deine dringenden Wiege, Herr, dass das Geld auf erwartete und unerwartete Weise in mein Leben kommen kann. Lass deine starke Hand mein Leben berühren und geschehen, was nur du zu vollbringen vermagst. Denn ich weiß, dass nur du in der Lage bist, meine finanzielle Situation in Ordnung zu bringen, so dass von nun an die Dinge, die schiefgelaufen sind, einen Weg des Wohlstands einschlagen werden. Möge der Geist des Reichtums jetzt in mein Leben einziehen, denn du bist ein Experte im Wirken von Wundern, um denen zu helfen, die auf dich um Hilfe schauen. Oh Herr von allem und jedem, mögest du an vorderster Front stehen, Türen öffnen und das Gefühl von Angst und Elend zum Verschwinden bringen, damit ich deine Existenz verkünden kann, wo immer ich hingehe. Ich rufe dich an, Herr, dass du mir produktive Gedanken in den Sinn bringst, Gedanken des Überflusses und des Wohlstands, damit ich Erfolg habe und Großes in meinem Leben erreichen kann. Möge dein Heiliger Geist auf meinem Weg für Sprache einlegen und mir die schnelle finanzielle Hilfe anbieten, die ich brauche. Möge ich in deinem Namen die ganze Situation lösen, für die ich dich jetzt anflehe. Möge der Herr in deiner unendlichen Güte plötzlich die finanziellen Möglichkeiten erscheinen lassen, die dieser Diener von dir in diesem Moment braucht. Möge schnelles Geld erscheinen, sodass ich zu Wohlstand komme und große Dinge erobern kann, denn du bist der Besitzer von Gold und Silber. Berühre jetzt meinen Geist, damit meine Gedanken auf die Erfüllung all meiner Wünsche ausgerichtet sind. Lass Gedanken des Überflusses und des Wohlstands wieder Teil meines täglichen Lebens werden, und lass mich schnell mit finanziellen Überraschungen rechnen. Von nun an ist das Schicksal besiegelt, die Saat ist in das verborgene Saatbild des Universums gepflanzt worden. Ich vertraue darauf, dass dieses Gebet in diesem Augenblick an die höchsten Ebenen des spirituellen Universums weitergeleitet wurde und etwas Unerwartetes geschehen wird. Mein Schicksal ist auf dem Weg des Wohlstands, des Außergewöhnlichen ausgerichtet, und die Ergebnisse werden so bald wie möglich sichtbar werden. Ich habe Vertrauen, ich glaube. Ich bitte um eine schnelle Reaktion auf Gelegenheiten und Geld, die auf mich zukommen. Ich bin dankbar für das, was ich besitze und was ich erreichen werde. Ich glaube, vertraue, liefere und erreiche. Ich bitte den Herrn, den Schöpfer des Universums, Türen zu öffnen und Wunder in meinem Leben zu wirken, durch meinen Glauben und meinen Wunsch. Ich bitte den Herrn, die Energie des Reichtums über mich auszudießen, damit ich deine Manifestation und deine starke Hand in meinen Finanzen sehen kann. Möge der Herr alle Barrieren, die mir in meinem Leben auferlegt worden sind, stärken und niederreißen. Du bist der Herr des Universums, und nur dir vertraue ich für die Verwirklichung meiner Wünsche. Mögen sich die Türen des Geldes schnell öffnen, und möge ich mein finanzielles Leben vermehren und gedeihen. Mögen meine Hoffnungen durch deine unendliche Güte gestärkt werden. Hier, manifestiere deine dringende Bewegung, damit Geld in mein Leben kommt, auf erwartete und unerwartete Weise. Lass deine starke Hand mein Leben berühren und geschehen, was nur du zu vollbringen vermagst. Denn ich weiß, dass nur du in der Lage bist, meine finanzielle Situation in Ordnung zu bringen. Mögen von nun an die Dinge, die schief liefen, einen Weg des Wohlstands einschlagen. Möge der Geist des Reichtums jetzt in mein Leben einziehen, denn du bist Experte darin, Wunder zu vollbringen, um denen zu helfen, die auf dich um Hilfe hoffen. O Herr von allem und jedem, mögest du an vorderster Front stehen, Türen öffnen und das Gefühl von Angst und Elend zum Verschwinden bringen, damit ich deine Existenz verkünden kann, wo immer ich hingehe. Ich rufe dich an, Herr, dass du mir produktive Gedanken in den Sinn bringst, Gedanken der Fülle und des Wohlstands, damit ich Erfolg habe und Großes in meinem Leben erreichen kann. Möge dein Heiliger Geist auf meinem Weg für Sprache einlegen und mir die schnelle finanzielle Hilfe anbieten, die ich brauche. Damit ich in deinem Namen die ganze Situation lösen kann, um die ich dich in diesem Moment bitte. Mögest du in deiner unendlichen Güte plötzlich die finanziellen Möglichkeiten auftauchen lassen, die dieser Diener von dir in diesem Moment braucht. Möge schnelles Geld auftauchen, damit ich gedeihen und große Dinge erobern kann, denn du bist der Besitzer von Gold und Silber. Zapfen Sie jetzt meinen Geist an, damit meine Gedanken auf die Erfüllung all meiner Wünsche ausgerichtet sind. Lassen Sie Gedanken der Fülle und des Wohlstands wieder zu einem Teil meines täglichen Lebens werden, und lassen Sie mich schnell eine finanzielle Überraschung erleben. Ab jetzt ist das Schicksal besiegelt, die Saat ist in das verborgene Bett des Universums gepflanzt worden. Ich vertraue darauf, dass dieses Gebet in diesem Augenblick an die höchsten Ebenen des spirituellen Universums weitergeleitet wurde, und dass von nun an etwas Unerwartetes geschehen wird. Mein Schicksal ist auf dem Pfad des Wohlstands des Außergewöhnlichen geworfen, und die Ergebnisse werden so bald wie möglich erscheinen. Ich habe Vertrauen, ich glaube. Ich bitte um eine schnelle Antwort auf Gelegenheiten und Geld, die auf mich zukommen. Ich bin dankbar für das, was ich besitze und was ich erreichen werde. Ich glaube, vertraue, liefere und erreiche. Ich bitte den Herrn, den Schöpfer des Universums, Türen zu öffnen und Wunder in meinem Leben zu wirken, durch meinen Glauben und meinen Wunsch. Ich bitte den Herrn, die Energie des Reichtums über mich auszugießen, damit ich deine Manifestation und deine starke Hand in meinen Finanzen sehen kann. Möge der Herr alle Barrieren, die mir in meinem Leben auferlegt worden sind, stärken und niederreißen. Du bist der Herr des Universums, und nur dir vertraue ich für die Verwirklichung meiner Wünsche. Mögen sich die Türen des Geldes schnell öffnen, und möge ich mein finanzielles Leben vermehren und gedeihen. Mögen meine Hoffnungen durch deine unendliche Güte gestärkt werden, denn ich weiß, dass du mich mit deiner Macht bedecken wirst. Offenbare deine dringenden Wiege, ja, dass das Geld auf erwartete und unerwartete Weise in mein Leben kommen kann. Lass deine starke Hand mein Leben berühren und geschehen, was nur du zu vollbringen vermagst. Denn ich weiß, dass nur du in der Lage bist, meine finanzielle Situation in Ordnung zu bringen, so dass von nun an die Dinge, die schiefgelaufen sind, einen Weg des Wohlstands beschreiten werden. Möge der Geist des Reichtums jetzt in mein Leben einziehen, denn du bist ein Experte darin, Wunder zu wirken, um denen zu helfen, die auf dich um Hilfe hoffen. O Herr von allem und jedem, mögest du an vorderster Front stehen, Türen öffnen und das Gefühl von Angst und Elend zum Verschwinden bringen, damit ich deine Existenz verkünden kann, wo immer ich vorbeikomme. Ich rufe dich an, Herr, dass du mir produktive Gedanken, Gedanken des Überflusses und Gedanken des Wohlstands in den Sinn bringst. Damit ich Erfolg habe und Großes in meinem Leben erreichen kann. Möge dein Heiliger Geist auf meinem Weg für Sprache einliegen und mir die schnelle finanzielle Hilfe anbieten, die ich brauche. Damit ich in deinem Namen die ganze Situation lösen kann, um die ich dich in diesem Moment bitte. Möge der Herr in deiner unendlichen Güte plötzlich die finanziellen Möglichkeiten auftauchen lassen, die dieser Diener von dir in diesem Moment braucht. Möge schnelles Geld erscheinen, damit ich zu Wohlstand komme und große Dinge erobern kann. Denn du bist der Besitzer von Gold und Silber. Berühre jetzt meinen Geist, damit meine Gedanken auf die Erfüllung all meiner Wünsche ausgerichtet sind. Mögen Gedanken des Überflusses und des Wohlstands zu einem Teil meines täglichen Lebens werden, und mögen finanzielle Überraschungen schnell auf mich zukommen. Von nun an ist das Schicksal besiegelt, die Saat ist in das verborgene Saatbild des Universums gepflanzt worden. Ich vertraue darauf, dass dieses Gebet in diesem Augenblick an die höchsten Ebenen des geistigen Universums weitergeleitet wurde und etwas Unerwartetes geschehen wird. Herr, gieße die Energie des Reichtums über mich aus, damit ich deine Manifestation und deine starke Hand in meinen Finanzen sehen kann. Mögest du alle Barrieren, die mir in meinem Leben auferlegt wurden, stärken und niederreißen. Du bist der Herr des Universums, und nur dir vertraue ich die Verwirklichung meiner Wünsche an. Mögen sich die Türen des Geldes schnell öffnen, und möge ich mein finanzielles Leben vermehren und gedeihen. Mögen meine Hoffnungen durch deine unendliche Güte gestärkt werden, denn ich weiß, dass du es verstehst, Wunder zu wirken, um denen zu helfen, die deine Hilfe suchen. Oh Herr von allem und jedem, mögest du an der Spitze stehen, Türen öffnen und das Gefühl der Angst und des Elends zum Verschwinden bringen, damit ich deine Existenz verkünden kann, wo immer ich hingehe. Ich rufe dich an, Herr, dass du mir produktive Gedanken, Gedanken des Überflusses und Gedanken des Wohlstands in den Sinn bringst. Dass ich Erfolg habe und Großes in meinem Leben erreichen kann. Möge dein Heiliger Geist auf meinem Weg für Sprache einliegen. Mögen Gedanken des Überflusses und des Wohlstandes Teil meines täglichen Lebens werden, und möge die finanzielle Überraschung schnell auf mich zukommen. Von nun an ist das Schicksal besiegelt, die Saat ist in das verborgene Saatbild des Universums gepflanzt worden. Ich vertraue darauf, dass dieses Gebet in diesem Augenblick an die höchsten Ebenen des spirituellen Universums weitergeleitet wurde und etwas Unerwartetes geschehen wird. Mein Schicksal ist auf den Pfad des Wohlstands des Außergewöhnlichen geworfen. Ich bin ein Mensch, der immer schnell und leicht zu Geld kommt. Ich bin ein ausgewiesener Gewinner. So sei es, Amen. Hinterlassen Sie Ihr Amen in den Kommentaren. Und wenn Ihnen dieses Gebet gefallen hat, vergessen Sie nicht, Ihr Like zu hinterlassen und es mit denen zu teilen, die mit Ihnen gedeihen sollen. Danke. Dass du bis jetzt zugeschaut hast. Möge Gott dein Leben mit Segen und Reichtum erfüllen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020